Ich habe heute meinen Job gekündigt. Wie bitte? Der Typ, dem der Laden gehört, hat mich angegrapscht. Da habe ich ihm eine geknallt. Und jetzt? Irgendwie tut er mir leid. Kann es sein, dass ich jetzt irgendwas nicht mitbekommen habe? Warum? Seine Frau ist ihm vor drei Wochen wegen einem anderen durchgebrannt. Jetzt sitzt er allein zu Hause mit seinen zwei Kindern. Sein Laden geht den Bach runter und... Ich kann Sie verstehen. Sie sind jung. Ja, Sie wollen das Leben genießen. Vielleicht waren Sie überfordert. Ich meine, Ihr Mann hat sie sitzen lassen. Dann hatte sie auch noch eine Vielgeburt. Es geht das Leben. Ich muss es... war und es a der deutsche Stadt... Musik